Ja, und da habe ich ihn gefunden. Ich habe schon gedacht, er ist nicht gekommen, aber das hätte er mir gesagt. Da ist unser Roland, der singende, ja, Künstler, singen und spielen. Wir betrachten ihn mal ein bisschen so von der Seite. Mal aus dem bisschen, mit dem bisschen Abstand. Mal aus dem bisschen Abstand. So, und hier wieder die wunderschönen Wohnwellen. Was ist das für schön? Da hat es einer nicht... Nein, nein, doch, der schafft es. Ja, und jetzt geht es nicht mal Roland. Er legt dort eine Musikpause ein. Hallo Roland. Alles klar, Moment, mach mal eine Pause. Tschüss. Ja. Schönen Tag. See ya. Tschüss. 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 Tschüss.